Wir verteidigen also Stimmt, wir verteidigen ja Tracer kommt wieder Best Ne Bestchen machen wir es nach Bestchen Angriff Ich hoffe wir kriegen Also es sind nur halb ok Loadmap Wir müssen nur den Anfang schaffen Dann gehts Dann bauen wir so 6 Tools auf dem Auto Aufeinanderrechte Dann kommt so eine Ulti von Ferrer und geht uns an Aber das gute ist, die sehen so hintereinander Erst hier den Stolder Dann Tracer Denk ich auch als nächstes kommt bestimmt Bestchen Dann müssen wir auf neue warten Also damals wäre es gut gewesen Als Bestchen noch Schilder hatte Die spielen alle Mai Oh mein Als alle Bestchens noch Schilder hatten Wär das noch gut gewesen Hättest du in jeder Richtung entdecken können Oh mir ist kalt Wenn er deinen Kopf drückt Naja egal Aber eigentlich haben wir die Rechamers Der ist den richtig hart besorgt Jedenfalls wieder vorbereitet Ja als die alle Mai waren Aus Mai selbst mal einfach raus Weil jetzt gehen die alle wieder heim Jetzt ja richtig heim Sonst kommen gleich wieder die ganze Sniper von dir Wir spielen gegen Kleber Sniper ist allerdings gut Naja wenn du nicht siehst Dass er auf dich zielt und dich dann One-Hitted ist nicht Ja aber auf den Punkt kommen sie dann auch nicht Naja das ist ja Echt mal komm mal zum Punkt Komm mal zum Punkt Danke 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 Waren das gerade deine Eier Ja ich hab meine Eier geklatscht weil der wird so gut Ja so klatsch 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 Macht man das bei euch nicht so Jamen wir uns alle vors Tor In dem Moment wenn sie rauskommen Und dann porten wir uns alle wieder nach hinten Und dann reifen wir sie an Ja dann haben wir nur alle 15 Sekunden cooldown für nichts Dann sind alle tot Und dann seppen wir uns auf die andere Seite Genau Dann seppen wir uns auf die andere Seite Dann seppen wir uns auf die andere Seite Genau dann Seitenwechsel und fliegen in die Kugel die von den anderen gedacht waren Ja irgendwer sollte auch rüber Warte kurz Sollte sie mir die sehen Sooooh Ins Gebüsch hallo Sieht man mich? Hallo seht ihr mich hier drüben hallo? Hallo Als ob es nur einen Durchgang gibt Naja wir schießen hier alle Wir wissen dass ihr hier rauskommt Ey ich guck mal auf der Seite Der Erste der kommt ist noch tot Hier ist ein Handloch Das sind zu viele Ich hab den Tank Boah ich war gestunt Senjata hat nichts mehr Holt euch Senjata der ist noch drin Er hat aber nichts drin Irgendwie seien sich alle groß darin In den Reinhard reinzuschießen Okay schnell wieder An die Außenbronn Die Granate hat drei gestunt Das Problem ist ey die müssen nicht so weit laufen wie wir Aber wir sind ja noch relativ schnell eigentlich Wir sind super Oh da war noch einer Ja okay ich bin in den Weg gestaut War eine gute Idee von mir Deiner ist natürlich gut Du kannst dich durch und durchsleiten Und dann von hinten klein schießen Nein Hanso hat mich voll erwischt Ich wollte gerade zurück sind Penner Der hat viel weniger Leben als so Wir sind doch schon ne Wir sind doch schon Was? Sie macht doch schon Das ist wieder so ein Hanso's Neupper Ich mach ihn weiter Komm schon Hanso stopp Wow Manchmal frage ich mich echt was geht denn Aiming ne Hab einen Double Kill gemacht Hab seinen Reaper geklebt Obwohl ich es eigentlich an den Tank kleben wollte Ich wollte an Reinhard die Ulti kleben Hab zum Glück noch den Reaper erwischt Ja Oh die haben aber schon ein Drittel Das ist ja gar nicht verletzt Wow Let's try that again Fetter Affe Oh Die haben ne Mai genommen Ich hab meine Ulti für einen Genshin Ich hab meine Ulti für einen Genshin Das war schon Genshin Ich hab den Aff Nein ich hab doch eh ge... Ich hasse das Killt sich von hinten Finde ich gut trotzdem Ja Ich glaube wir nicht weg springen Hab ihn Nee Ich wollte ihn nicht weg Nice Ich bräuchte auch ein Healpack Weiß wer wo hier ein Kleines ist Hier ist ein Kleines Seine Seite ist noch ein Kleines Und da ist noch ein Kleines Ihr wartet aber schon mehr Wo ist noch ein Kleines? Hier Jola wo bist du? Ich muss dich bei mir bedanken Weil ich seinen Hook abgefangen hab Warte ich sehe jetzt wie Black nice Warte ich probier mal als gutes Okay man sieht keine Namen Die Fall ist oben drin Vorsicht vorsicht Ah Irgendwann nimmt einen Ähm Double kill Dash Die sind hier auf dem Punkt Komm mal lieber Camp Die haben gleich mal einen Tracer Jaa fickt sie alle Ah das... Ne das ist ein Tracer Ja ich glaub das Das wird das Problem Das ist nicht check das das Problem hier da ist Denn hier nehmen wir jetzt auch alle einen Tracer Hahahaha Na Where were we? Wir haben schon zwei Tracer Nein! Der Soldier hat mich erwischt ey Wir haben halt so wenig HP Der Soldier fickt uns alle mit seiner Ulti Haltet durch Wir müssen erst mal wieder hin zappen Bleibt irgendwo Defensiv Äh ja vergesst das einfach Oh nein ich hab eine Ulti Ich hätte sie einfach in den Punkt bleiben Nooo Nooo Ich hab's Und dann wieder zurück zappen Nachdem es contested ist So schwer Das klappt nicht mit Over Es klappt ja nur bei Over 2 Fuck ich hab seinen Mech geklebt Das auch bei ihm Der kommt ja eh wieder raus Oh No fair No fair No fair Halt mit der Ulti Alter Ja jetzt ist er endlich weg ey Oh die war so gut Cheatgang bleibt bei dem nur Ich hab Ulti über die Ich auch Das ist ne gegnerische Tracer Wer auch immer hier grad rein gegangen ist Wollt mich umbringen Ich Wow Ach du wolltest das der mich auf dich hab's gelaufen Ich Ich schieß halt einfach auf irgendwie alle Tracer Ich schieß halt einfach auf irgendwie alle Tracer Ja hock ihn, hock ihn, ne Der hat schon wieder auf den mann anders geklebt Mann Ja auf mich Die ganze Zeit Bleibt voll gut gerade Bleibt wirklich voll gut Ich hab grad Ich hab schon Triple kill Das könnte Play of the Game werden Nein Und dann lass ich mich von Tracer ficken Ja Ja Das hab ich gesehen Drei kills ohne Ulti gemacht Guck da ist schon einer geliebt Ja Das ist richtig Ja ich Wieso So'n Scheiß tue ich mir nicht an Gegen Text Tracer spielen Ich find einer schon nervig genug Sack Ähm Boom At Auf den Botti Wow Überall Tracer Überall Tracer Ich hab nur nur 29 AP Wo krieg ich welche her Wo krieg ich neuer eigentlich Hier hinten Guck da Na Huch Blatt Kannst du mir auf der Minimap zeigen wo ich AP bekomm Ja auf der Minimap Ja Ja das ist auch sowas was sie echt meint Wünschen Warum denn Damit ich sehen kann wo's her Ich hab den Turm geultet Ich hab den Turm geultet ja Ich hab nur grad mal ne Ulti gewastet Ah Dabei hab ich ohne Ulti auch Kampf 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 Und das her Ja Ich hab den Turm geultet Amann Ich brauch nen Heal Ah Hintern Tresen ab geht's Ist hier noch irgendwo ein Heal Lass mich bitte! Lass mich da nicht! Mann, ich hab 30! Ja, ich hatte 70. Hier ist nur einer. Nein, die ist nicht da! Verteidige mich, Joda! Bitte ein Leben! Au, irgendwo ist ne Turret. Hilfe! Ja, hier links im Link. Wieder hochseiten. Oh, wow. Das Kartl ist aber nicht so wicked. Was? Ach, die Ulti war da hinten. Ich dachte, die wär auf dem Auto. Ich bin in die Ulti reingesetzt, statt raus. Ich hab den Radius-Files interpretiert. Ich dachte, ich wär drin. Ja, den Sterben nicht. Ja, den Punkt haben sie. Ne, ich sterbe mich ab Ulti. Und ich bin nach vorne gespawnt. Ähm. Ja. Die wirft die Ulti echt wie ein Mädchen. Das ist unglaublich. Ich bin ein Mädchen. Das ist nicht schlimm, ich hab aufgehauen. Ein Meutenkorr am Arsch. Meutenkorr am Arsch. Ja, ja, jetzt! Lass ihn pecken! So kurz davor. Mucho Zaparoni. Einfach einen anderen Champion zu pecken. Oh, das macht super Spaß. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht was das ist. Aber aus der Ulti rauslappen. Schon wieder wasted von hier. Er ist selbst umgebracht und dann völlig. Wir müssen die Ultis immer noch für die Turrets wasting. Stark und Bam! Ich mein 1,40 ist noch drin. Das könnten wir noch packen. Ich hab ne 40er ab. Verkillstreak. Also bitte. Verpasst gerade den Spaß damit. Wie viele Kills hast du gerade? Keine Ahnung. Ich schätze mal... Guck doch einfach mal. Ja. Äh, ich würd gleich lieben. Oh, kein Stress. Ja, so würde ich rausdrehen. Ja, so würde ich rausdrehen. Die Ulti hat nichts erwischt. Nicht mal die Turret? What the fuck? Ich hab die aufs Auto geworfen. Da stand wenigstens die Turret. Aber irgendwie hat die nichts gekillt. Ähm, Jungs. Was los? Ja, wir können halt schwer die Aufhaltung schieben. Wir halten sie ja selber nicht. Oh, die wollen wiederbeleben. Scheiße. Fuck, er hat's geult. Ja, er hat geultet. Ich konnte nichts machen. Overtime. Es gibt ja kein Overtime hier. Hier ist ja einfach schieben, wenn wir nicht dran sind. Das heißt, wir haben hier verkackt, wenn keiner dran steht. Gibt's auch Overtime? Ne. Es gibt nur Contested und weiter schieben. Joll, ey. Ja, gibt's aber auch eine Verlängerung. Oh, der hat seine Ulti angemacht. Hat den Aim-Bot angeschaltet, den er sowieso schon anmacht. Ja, aber der macht den Fass. Wow. Ich bin beeindruckt. So, das hätte ich nicht gekonnt. Wir haben halt so wenig AP, dann kriegt das alles. Egal, hier, guck mal. 24 kills. Guck, du hast nur 23. Haha. Erstmal Minus. Minus, ja. Gut, das wollte ich neutral. Wir haben zwar verloren, aber das war ganz so schlecht. Das war nicht schlecht, eben. Zeit für Bastion. Ja. Ja.